du ich habe heute irgendwie gar keinen bock zu essen das war abwechslungsreiches essen machen und ich habe nichts zu essen ja ja deswegen ja wir machen jetzt kleine diät doto das heißt wir müssen jetzt ja hier ist es nur einmal essen jeder von uns heißt wir können generell nur wir essen es gibt was ich glaube 40 verschiedene essen gibt es mittlerweile wie das ist wenn du was ist und wie das ist wenn ich was ich glaube es war so dass wenn ich jetzt ein brot ist dass du auch kein brot essen ach du scheiße ich werde einfach stehen und du spielst durch perfekt was hast du alles schon an essen geholt oder hast du schon was geholt also ich habe ja matten ich habe karotten ich habe schicken ich habe eine kartoffel und war porkchop ich habe jetzt 2 3 5 pfeiler also wenn du kurz dein essen gibt es auf teilen einfach hat sich kurz ganz viel möglich geben das richtig schnell zu droppen ja durch den apfel noch jetzt bin ich bei sieben genau das ding ist wenn wir das alles weg gegessen haben dann sich noch zu merken haben wir die gulden getötet ja könnte man auch noch suppen nehmen kann damit gefühlt jeder blumen eine suppe machen ist nämlich kurz mit seinem oberfläche ist ja selbst eine suppe zählt das als 1 oder wenn ich hier mit meiner hitbox drüber geht dann sehe ich kein wasser mehr flash das feuer das ist dann aber sehr aus ja könnte sein sowas nicht ich habe ist ja fast richtig oder freut aber in der ag natürlich auch ganz entspannt ein süppchen essen ja jetzt ist mein kopf schon an dodos füßen ja es magst du doch mein wasser wasser haben um mich zu löschen wir haben fang fungus hier aus ding ist wir dürfen eigentlich kaum essen das heißt ich würde tatsächlich hier nur gold form eben nicht weil durchs kämpfen verdienen wir auch noch mal extra hunger aber nicht wenn man so ein boot dran setzen generell durchs kämpfen auch wenn man jemanden schaden zufügt verliert man noch mal extra hunger das auch schon ich meine schon das weiß ich nämlich gerade überhaupt nicht wir können es gerne ausprobieren aber nö 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 lass mal lass mal ich vertraue dir dann einfach mal da ist die festung hab ich dir nicht gesagt dass das eine gute idee ist sich lang zu gehen aber warte mal wo bist du da bist du schau mal da festung ja siehst du sie? wo festung? da festung da festung? ja ja festung ich nix festung sehe ja weil du Wind bist ich weiß da ist auch fire-raise potions zu gehen weil feuer ist sehr viel ding es zieht viel ja ich probier mal so ich probier einfach ab so das war's ja ja perfekt kann ich mal raus ja ich hab direkt eine unalkoil putz verloren ich lass jetzt die innersucht kommen die mich wieder hochhalten ja ich muss mich generell hochhalten jetzt dass ich's nicht verbrenne ok jetzt nicht mehr ich hab glaube ich Bratkartoffel gegessen jetzt esse ich Karotte oh Gott oh halbes Herz ich hab auch noch einer ich hab zwei jetzt noch insgesamt ich hab acht wir haben genug raus hier raus hier ja ja ähm hey guys komm hier ja komm wow hier ist ein Enderman Enderman du musst doch sagen ich sehe gruselig aus mit dem Kopf oder? ja also musst du euch jetzt auch mal droppen perfekt ich hab Enderman vier Stück das war dumm ich hab mich mit dem Enderman ins Boot gesetzt und wollte ihn schlagen ich hab auch einen Enderperl ja das mit dem Kämpfen mit den Enderperlen geht tatsächlich eigentlich ich hab's auch noch meine Trägen Lagen braucht man schwierige Lösungen deswegen ich mach jetzt den hier auch hier einfach die ganze Scheiße rein die ich aufgesammelt hab ich würde bauer tue ich hier rote bete an pflanzen oh man kann eine rote bete erst mal essen so rote bete Suppe und sie gönnt regeneriert ich regeneriert oh mein gott ich habe jetzt wie viel ist eine hungerbalken und ich habe jetzt noch einen gebratenen Lachs das war's denn bei mir dann habe ich ein gebratenes ein ungebratenes ein Brot und ein Apfel noch perfekt ja hast du eins mehr sogar als naja ok Goldapfel können wir nicht machen ähm ich seh noch Enderman wir sind wir gucken wenn du an der Mitte geht Gott was bin ich mein Gott grad Achtung jetzt bitte ja hier noch mal ein ich vermisse mich jetzt einfach ganz einfach ja der fliegt auf dich Aaaaaaah Bro ich konnte nicht mein Mlg machen ich durfte nicht mein Mlg machen Goldi er hat einfach er hat einfach in der Luft Links-Rechts-Kombo gegeben äh hättest du Bogenspannen sollen hm ich wollte grad an den Rand gehen dass genau das nicht passiert eigentlich aber genau in dem Moment ist er halt auf mich zugeflogen äh Ja Puh ich äh ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020